Naturspektakel in Elm Die Sonne scheint durchs Martinsloch Zweimal pro Jahr kann man das Naturschauspiel beobachten Einmal im Frühling und einmal im Herbst Heute ist es wieder so weit Die Sonne scheint durchs Martinsloch Genau aufs Kielchen von Elm Das Ganze dauert noch wenige Minuten Dann verschwindet die Sonne wieder Er ist seit Jahren dabei Hans Reiner moderiert den Anlass Und hat seine ganz eigene Erklärung Wie das Loch entstanden ist Da ist ein Hirte Ein Schafhirte Auf der Alpe Er hat natürlich Schafhirte Und danach kam von Flims her Über einen Segnespass Ein Reis Und der Reis hat dem St. Martin Schaf gestohlen Und St. Martin hat es erst gesehen Als er schon am Pass oben war Und dann ist St. Martin Verrugter geworden Und hat seinen Stock Richtung Reis geworfen Und der Stock ist in die Felswand Der Sonnekegel, der ins Dorf scheint, ist klein Man muss wissen, wo man hinstehen muss Das nächste Mal scheint die Sonne wieder im Frühling Am 12. März durchs Loch Die Sonnekegel, der in die Sonnekegel Die Sonnekegel